Und heute spielen wir Minecraft Survival als Projekt. Danke. Warte, ich mache Pause. So, mein Freund meint, ich soll die wegbauen. Ja, mach schnell. Ich habe hier die Mine. Ja, Mine, du haben. Ich habe ein Schlaf. Umbringen. Eine Wolle. Hier ist eine Kuh. Warum trabe diese scheiß Kuh mir nur ein? Wo bist du Freund? Kann man sich teleportieren? Ich glaube schon. Ja, ich teleportiere schnell. Warte, jetzt nicht weinen. Sag, wenn ich dich teleportieren kann. Sag. Jetzt? Ja. So. Boah. Den kann ich hier noch umbringen. So. Okay, jetzt die Werkbund bitte hinlegen. Ich habe schon alle Steine. Sollen wir die als Base hier benutzen? Nein. Also ich meine, doch. Können wir machen. Nein, machen wir nicht. Doch, wir holen genug Holz und nehmen sie in die Wände. Und dann Türen und so rollen. So. Und dann halten wir ja eine Base. Ich mache dir auch direkt deine Spitzhacke. Ich mache mir selber. Ich habe aber... Okay. Zwei Spitzhacke. Holz. Komm her. Kappa. Hier ist eine Spitzhacke für dich. Können wir eventuell Nachtsicht geben. Nachtsicht? Äh, ja, macht das. Ich gebe dir schnell die Atmenrechte. Okay, ich mache Pause. Die Aufnahme erst, wenn das vom Chat weg ist. Ja, ab kurzem Nachtsicht gehen. Es ist verdunkelt hier, Freunde. Seit wann sind die deine Freunde? Die Abonnenten, du Hund. Ja, ich weiß. Das sind meine Freunde. Oh, Skelett. Okay, Skelett. Oh, da ist noch eine Höhle. Ich mache schnell meinen Ofen. Ey, da ist noch eine Höhle. Wow. Ich gehe schnell rüber. Mach den Ofen. Digga. Ich hasse das. Ich hasse dich. Nein, das. Okay. Mir fallen einfach so diese Blö... Äh, meine Axt ist jetzt weg. Geil. Ah, die Axt ist weg. Wie geil. Ich fahre... Ich fahre ein bisschen Holz für mich. Digga, du Huren so. Ah, die sind noch vom Beleidiger. Du kleiner Skelett. Digga. Ich will zerrecken. Doch nicht. Okay, ich muss vor dem... Einen Ender, Mann. Ist das denn... Oh, Mann. Zombie. Bring mich doch nicht um, Alter. Natürlich bringt deine Job. Ja, endlich. Du kleiner... Ich habe jetzt Schiss. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Idiot, ich bin tot. Ich bin tot. Ey, bitte sterb du nicht, ne? Digga, teleportieren schnell. Ich habe eine richtige Mine. Daniel. Aber in der Mine, wo wir sind, sollte mir lieber erstmal ein bisschen bleiben. Hier ist Eisen. Ja. Ah, die kann ich mir ein bisschen mal dazu beschützen. Es ist dunkel. Ich sehe hier nicht. Komm, komm, komm. Lauf einfach geradeaus nach unten. Warte mal, Freunde. Es muss mir einen Effekt geben. Es ist voll dunkel hier. Ja, mach das. Ich baue schon mal das Eisen ab. Ich gehe wieder zur Base. Baut doch erstmal das Eisen hier ab. Ja, baut doch. Ach mann, die wollen auch alle Stress hier. Ja. So können wir uns schmeißen, ne? Du, Erfahrung. Was? Ich brauche Essen oder so. Ich habe kein Lied mehr. Warte. Wo bist du hier? Ich kann dir Lammfleisch und Rindfleisch geben. Danke. Auf und Prost. Okay, jetzt mach schön. Hinter dir ist noch eins gelackt. Reicht. Nein. Digga, willst du mich kaffaschen? Kommt immer zurück zu mir, Bleid. Hier ist nix im Skelett. Das ist das Ding. Kannst du schon mal in den Ofen craften, wenn du bleibst? Ich habe schon längst in den Ofen gecraftet. Okay, dann suche ich jetzt noch einer. Aua. Hat weh getan, du Skelett. Einfach direkt dir aufs Farben gehen. Kannst du direkt dir aufs Farben gehen? Erstmal aufs Wasser und so. Ja, das war auch noch Spaß. Ich habe noch eine Miene. Cool. Mienen sind immer gut. Das ist eigentlich schön. Keine Mienen. Mienen sind anders. Und Skelett, das bring ich erstmal um. Und das Skelett, das bring ich erstmal um. Und das ist Eisen. Ich bin noch draußen Holz fahren. Ich bin gerade im Holz fahren. Achso. Dann mach das. Und wirst du mir dabei nicht helfen? Nope. Okay. Oder soll ich? Dööö. Bei eurem Freund hier ist das nämlich sehr komisch. Es ist kaputt gegangen, oder? Die Axt. Ich habe keinem was dagegen. Nein. Nein. Axt brauche ich eigentlich nicht. Und ich habe sie natürlich nicht mehr. Toll. Okay. Zehn Eisen. Hab ich. Zehn Eisen nur. Okay, egal. Immerhin. Eisen. Die Höhle von uns ist gegenüber. Das Süden ist praktisch. Ja. Und dann können wir direkt ein Haus reinbauen. Also Wände durchziehen. Da habe ich auch 21. Oder 21. Oho. Lass den Creeper aus. Creeper. Verbiss mich. Bei mir. So. Digga. Du bist oben. Töte ihn doch schnell. Da war ein Creeper, man. Und noch andere Monster. Andere auch noch. Sagst du, ich lass mein Leben oder vielleicht? Ich geh ein bisschen fahren. Ich hab so mein Herz. Aber da ist so schön. Digga. Ich hab das Essen. Ich sehe hier schon mal die Wände rein. Es ist gerade auch gefallen, dass du mir übelst hier Fleisch gegeben hast. Ich hab nicht viel. Okay? Ja, das Essen ist mir ja auch gefallen, dass du mir übelst hier gegeben hast. Ich ziehe hier kurz die Wände rein. Herzhaft. Ich bin gestaun. Warte, ich mach mal kurz hier. Warte, ich mach mal kurz hier. Was ist denn? So, direkt ein Eisenschwert machen und eine Eisenpicke. Fertig. So, du kannst ja auch ein Eisenschwert und eine Eisenpicke machen. Ja? Mhm. So, das Eisenschwert lege ich hier rein. Eisenpicke brauche ich erst, wenn ich Gold oder so finde. Wände ziehen, oder? Ja. Wäre gut. Okay, gut. Ziele auf der anderen Seite die Wände. Ich hab keinen Holz mehr. Ich geh schnell fahren. Lass mich auf fahren. Machst du das? Nö. Äh, ich fick brauche ich. Stimmt. Das ist voll leicht eigentlich zu geben. Und warum sagst du mir nie, wie man das macht? Weil du dumm dafür bist. Ich? Ich hab eine IQ von 15.000. Ja. Oh. Aber nicht. Aber nicht. Mehr als ich. Ne, hast du niemals. Doch. Nö. Was soll das? Was denn? Bauer es ab. Warum? Weil es hässlich aussieht. Nein, lass das. Das sieht voll hässlich aus. Ja. Und wir brauchen sowieso einen Ausgang. Ja. Und den wär ich nachher nicht bauen müssen. Das machen wir dann. Nein. Warum baust du alles ab? Weil ich ihn wann ziehen will. Also von hier so straight. Okay, ich geh schon in Holz fallen. Aber den Rest. Aber das baust du nicht mehr ab. Ja. Den zieht. Boah. Krass. Äh. Wir müssen uns sowieso noch einen Tür kraften. Ich hab gerade kraften gesagt. Türen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Maximal zwei Würde ausweichen. Für jeden Ausgang. Ausgang. Ein Jahr mit Ausgang. Ach. Wollte ich doch Saat sagen, Alter. Saat sagen? Saat sagen. Ja, weißt du. Tschüss. Ich liebe dein Deutsch. Ich liebe dein Deutsch. Eigentlich. Ich sammle schon ein Rezept. Wie oft noch? Ein Creeper ist hinter mir explodiert. Alles klar. Und ich bin in den Berg runtergefallen. Okay. Was ist denn Berg dein, Alter? Oh, danke für das Eisen. Du brauchst es ja sicher. Doch, ich brauch es noch. Warte, aber hast du ja nicht genommen. Ich habe vergessen, ob das Eisen drin ist. Ja. Warte, warte. Hier ist dein Eisen. Wow, danke für fünf Eisen. Digga, dafür kannst du dir ein Schwert machen. Weiß ich doch. Und ein... Sei mal dankbar für das, was du hast. Ich war auch dankbar. Deine Heuchler. Ey, ich habe noch eine größere Miene. Äh, Höhle. Tschüss, die ist krass. Wow. Und da ist deine Höhle. Das ist deinem Spaß. Wow. Und du hast wow gesagt. Wow. Hast du den Spongebot jetzt da, oder? Ja. Wow. Wow, ich weiß. Wow. Wie heißt du eigentlich? Wow? Oder wow? Daniel und. Daniel. Daniel. Wenn wir auf diesem Video die 10 Likes schaffen, kauft Daniel euch ein... Was ist mein Maul? Okay, er kauft euch gar nichts. War nur Spaß. Daniel macht... Irgendwann... Wenn Daniel die 15.000 Abonnenten... In dein Träumen kriegt ich die 15.000 Abonnenten. Das ist ein kleines Kanal. Das ist lange rein. Dies Jahr unter hat die 15.000 Abonnenten Schaaf... Spendiert... Das schneide ich raus. Was? Das schneide ich raus. Scheiße. Dann wollt ihr sagen, spendiert ihr euch allen ein... Ja. Ein Minecraft Kohle Set. Einfach nur ein Kohle. Ihr schafft es. Arsch! Verrecken die zweite. Ach ne. Nicht die zweite, sondern die. Was ist das? Ja. Geil. Kannst du mir noch nicht geben? Bitte? Digga! Es ist Tag! Ich weiß. Du hast nur Holzfarben und X-Minenfarben. Digga! Ich hab also... Jetzt verreckt doch schon. Warum soll ich verrecken? Ich meinte, das ist doch ein Schwein, dass er verrecken soll. Warum soll ich verrecken? Du musst ja gar nicht weinen. Oh... Ah, ist ein Schwein. Okay. Arsch! Das Schwein ist tot. Das ist ein Schwein. Das ist ein Schwein. Ach so. Sorry. Ich hab dir gerade ein Kompliment gemacht. Äh, ne. Du bist ein Schwein. Ja. Ich weiß. Du hast mir gerade ein Kompliment gemacht. Okay, du Schwein. Hört mir auch jetzt ein Schwein. Ich bin wirklich ein Schwein im chinesischen Sternzeichen. Ich auch. Schwör? Ja. Ach so, stimmt ja. Ich so schwör. Obwohl wir sogar nur 20 Tage entfernt sind. Warte mal, ne? Es war gar kein Bock. Wie heißt du nochmal? Daniel, wie heißt du? Berühmt dich doch. Berühmt dich doch. Ich suche nach einem Dorf, ne? Ja, mach ruhig. Mein Ali. Was? Mach ruhig Ali. Meintest du mein Ali so krass? Nein. Oh, ein See. Ja. Hier könnten wir eigentlich gut ein Haus bauen. Kein Bock. Die Höhle. Nervshaft. Verrückst du wieder draus? Nein. Du Schwein. Ich hab nur noch so einen Tick gesehen, dass es ein bisschen noch sabit tut. Das war mal. Was denn? Ist doch ein Hühnchen. Oder ist... Äh? Ich töte Babyhühnchen. Ich töte Babyhühnchen. Okay, du Mörder. Mach's. Oh, jetzt hab ich ein bisschen Schwein. Was? Also, ein Zöler ist einfach alles ein Mörder. Ein Massentiermörder. Aber warum Zöler hast du mir das eigentlich Dings gegeben? Was? Eisen? Nein. Was? Schaufel. Hä? Ich hab Vergiftung gekriegt, weil ich Hühnchen gegessen hab. Ja, man darf kein Rohshühnchen mal essen. Ich weiß nie, was man in meinem Leben mal spielt oder was. Doch. Ich bin normal. Warum bin ich beißt nicht mehr? Ach so, stimmt ja. Almonen. Hab ich ganz vergessen. Ich hab ein Bienennest gefunden. Ein was? Ein Bienennest. Cool. Endlich. Nein, ich mein, ich hab ein Bienennest. Gib mir Honig. Oh. Nee, okay, dann nicht. Hast du schon mal Rohre Zühnchen im Nächsten liegen gegessen? Nö. Ich schon. Außer mann. Bist du verreckt? Was? Nö. Ich hatte nur einen Markendarm. Ach so. Ist ja nicht so schwer. Na, ich mach das. Guck mal, was lächelt ist. So finde ich übel ich nicht mehr. Aber wenn ich mich erst töte, hab ich keine Nachtsicht mehr. Egal. Ist doch sowieso Tag. Ja, aber in der Höhle nicht. In der Höhle ist auch Tag, wenn es draußen Tag ist. Eben. Nicht. Doch. Nein. Da ist es dunkel. Da wurde gerade ausgenommen. So. So Zucker verarbeiten. Brauche ich noch Weizen. Wo ist Zucker? Ich mach einen Kuchen. Dein Herz? Ja. Bist du auch an meine Schwester oder was, die immer so was macht? Äh. Ich schwör. Digga, ich hab grad ein Bühnchen mit einer Schaufel getötet. Wow. Echt toll. Ich weiß. Verzähl. Gemackt. Echt toll du gemackt? Dankeschön. Du aber nicht. Tschüss. Was ist das? Das ist Ali, wenn der verrückt. Nein, nein. Ich hab ein Bühn. Ja, Freund, das ist mein Erster. Ich baue gerade heute in der Spitze. Was mich grad nicht eigentlich gefohlen ist. Warum lernst du die Freunde? Kann man Zucker nicht so essen? Na, schade. Bist du verrückt? Ich esse doch so. Diabetes. Diabetes ist ja... Die haben die Fies gerade bei mir. Welch Diabetes vor? Äh, Blutzucker. Nuch Zucker. Nuch Zucker. Wer bist du? Daniel. Scheiße. Wer bist du? Ali. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Doch. Du hast es sogar bewusst. Du fragst mich trotzdem. Weil ich fragen kann, du Hund. Ich bin kein Hund. Warum? Ich hab ein Hexen aus. Dann bist du im Zwilling. Noch nicht. Noch nicht, mein Freund. Wo ist denn Sternzeichen bist du? Sternzeichen? Nee, weißt du. Okay, aber nicht so viel reden. Das... Ja, eigentlich... So, wie geht's euch denn so, Freunde? Ja. So, zu den neuen Teasern wurde gelegt. Was? Erst lang warst du jetzt? Keine Ahnung. Ich versuche einfach so Content zu machen. Kennst du nicht das? Ich hab einen Freund, der hat knapp 400 bis 500 Abonnenten. Der war sogar in unserer Schule. Du weißt doch, dieses Kind, das komplett weiß war. Weiße Haare... Kenn ich nicht. ...weiß Gesicht. Der war komplett blass. Der hat jetzt einen Account, da wurde ja Fortnite oder so spät. Spät und spielt. Ja. Da hat er 3 bis 400 Abonnenten gespielt. Wow. Endlich. Das war keine Leide. Doch, die 400 bis 300 Leute. Wer von... Ja, die... Den interessiert mich aber nicht. Ich weiß. So, warte so. Komm, jetzt eine Kiste. So. Okay. Echt krass, hat eine Kiste gecraftet. Wow, du bist ein richtiger Gangster. Ich fisse. Du Ungangster. Ja. Ja. Das ist eine Möhle. Eine Möhle? Dicker. Deine Zuschauer denken sich auch nur was für ein Behindertenverkehr. Das ist eine Möhle. Eine Möhle. Genau. Hier waren zwei Schweine. Du kleine Schweine. Ja, einmal Ali. Und einmal... Schade, dass es in Minecraft keine Wildschweine gibt. Wieso? Keine Ahnung. Das war viel gefährlicher. Aber es ist doch im Nieder, dieser Zornglanz. Tschüss, ich habe noch. Dave. Geil. Ola? Ja, Ola. Ich habe das nicht. Nein. Ich habe auch da. Nein, Daniel. Okay, Lute. Ich sage dir, wenn es da was gibt, was du vielleicht gebrauchen würdest. Was? Ich? Vielleicht? Soll ich was abbauen für dich? Weizen abbauen auf jeden Fall, ne? Diese Weizenblöcke. Mein Kuchen. Und noch diese Heu. Ich baue Betten ab. Ey, wenn du Heu findest, baue diese Heuballen ab. Ja, ich weiß. Nee, du weißt nicht. Doch, man kann daraus Dings machen. Weil ich es letztens gesagt habe. Geschwört? Ja. So. Ich habe es eigentlich noch in Minecraft. Du und Minecraft, der Minecraft-Spieler. Hä? So, ich habe zwei Betten. Ein weißes und ein gelbes. Welches willst du? Gelb. So, Kartoffeln oder Rotebäte? Gar nichts. Ich brauche Rotebäte. Kartoffeln. Apataiiii. Okay, es läuft es wieder. Ja. So, das ist unsere Base jetzt aktuell. Ich weiß, es ist unspektakulär aus. Ja, du. Hast du den Kacken wieder gedötet? Nein, ich habe ihn nur geschlafen. Du bist am Arsch. Und weißt du, warum du am Arsch bist? Warum? Wegen Dings. War es Golan? Ja. Ist hier nicht. Ach so. Glaube ich. Du glaubst aber nur. Du weißt es aber nicht. Ich hoffe. So, jetzt habe ich ein Steck. Hallo Hühnchen. Ja, flieg mal hier runter. Ich habe eins, der gewaltigt. Ja, der flieg mal runter. Was? Es ist wirklich ein Eisengolem, der eingesperrt ist. Ich kann das eingesperrt. Soll ich den töten? Nö. Ich wäre sowieso bestorben. Ich wäre gestorben, du wärst. Ich habe zwei Stecks. Was? Dings. Wutschen. Ja. Dings. Ich wäre so gut. Und da ist eine 50% Brot. Eine 50% Brot? Nein, viel mehr. Ok. Glaubst du. Du glaubst nur. Und das übelzügelbrot. Das glaubst du nur. Was? für nachts nachts du hast es auch ich auch der hund wozu keine ahnung letztes mal jetzt kannst du mir mal schlägt nein egal bei mir ist sicher ich würde nicht mal warum der eingesperrt ist eingesperrte ist gut für umwelt wollen mich verarschen wo macht wahrscheinlich wieso schnell um ich krieg ernstlich komm bitte bring bet bet weiß nicht von dem was das ist ein paar hühnchen was kann mit eiern machen kuchen werfen werfen spaß das das da ist der arme das so das so groß ist das so groß ist so groß ist ja das war es auch für heute weil dann spaß noch weiter ich versuche jede sekunde ich bin zornig wie da das da das ja ja verrat ich mag schieten Endlich kann ich wieder anspannend rausgehen und Holzfahre. Aber Mann, ich wollte mich vor diesen Ertruckenen umbringen, weil er hat mich ständig umgebracht. Was soll'n das? Diese Ertrunkene will mich drum bringen. Ja, hier sind halt Übersvieler. Ja, Übersvieler Alis. Nein, Übersvieler Zombies und so. Aber die immer noch nackt. Geht sie gut? Nein. Weiß nicht. Geht es? Dreiecke Skelette. Oh Mann, die verreckt wieder zehn Jahre. Du verreckst ja. Auf jeden Fall ein Schwert. Ja, was ist das hier? Was ist das für Material? Äh, doch nicht. Soll ich Schwerts auch mitnehmen? Natürlich. Wir müssen jetzt nicht schlafen. Tu, dann nehme ich auch mit. Soll ich mir nicht machen? Ich mache mir noch keinen Dingser. Was? Dingser Boomster. Äh, Pickaxe. Aus Eisen. Nee. Ich mache erst mal Sparen. Meine Sacken. Ich gehst mir mal zehn Jahre Holzfarben. Als du bist dann. Bis nach den zehn Jahren. Okay? Wieso? Der hat dir nichts angetan. Ja, deswegen ja. Aber er hat dir nicht geholfen. Doch, er hat mir geholfen. Okay, er hat dir nicht geholfen. Doch, er hat mir geholfen. Okay, er hat dir nicht geholfen. Du auch. Warum lügst du mich an? Hatte ich nicht geholfen. Hast du meinen Kopf? Er hat mir als erstes nicht geholfen, weil er eingesperrt war. Und hast du ihn ausgesperrt oder was? Ja. Und jetzt fehlt den Dorf, wo wir mal ein paar Tage haben. Aber egal. Ah. Ist ja nicht mein Dorf oder so oder so. P. Ich komme jetzt. Ich suche noch ein Dorf. Okay. Na ja, erst brauchst du die Zeit zu machen. Nee, erst erst kommst du nach Hause wieder. Und zwar mit dem Command-Slash, gell? Was? Aber als wäre da irgendwas, wenn du im Dorf geschlafen hättest. Doch. Ja, stimmt. Du würdest ja sowieso nicht schlafen. Und du hättest im Bett. Erstmal müsstest du eigentlich neurologisch nachdenken. Und danach mich fragen. Soll ich irgendwelche Pilze oder so für die Pilze nehmen? Warum? Ich brauche keine Pilze. Natürlich. Und kann mir irgendwas verziehen. Zwischen Schellen oder so. Und ich hoffe, du hättest du gerade schon jetzt wieder. Wirst du noch Platz das machen? Ja. Zehn Jahre suchen und ich finde die genau. Ich hab die immer noch nicht gefunden. Ich hab die immer noch nicht gefunden. Ich hab eigentlich ganz kurz so x-ray gesehen. Ich hab die gesehen, aber überhaupt nicht gefunden. Okay. Soll ich dir glauben? Ja. Soll ich dir glauben? Dann musst du. Ich schwör? Ja. Ich schwör. Ich schwör. Ich schwör. Ich hab den Effekt nicht mehr. Ja schon. Du bist ein Verräter. Tschüss. Tschüss. Ich hab mal die Frass. Es regnet jetzt okay. Was jetzt regnet? Kleiner. Warum hat der eine Schaufel? Ich hab nur zwei Türen jetzt. Ja. Lade doch. Aber ich hab schon Türen platziert. Das ist das Ding. Warum machst du nicht eine Zweier-Tür? Weil eine Tür besser. Machst du das Bett? Ich mach eine Zweier-Tür. Haben du Bett? Ja. Gut. Ich mach eine Zweier-Tür, ja? Gut. Warte, wenn ich die von hier zu mache, geht sie nach innen. Also muss ich für zwei Türen auch so reduzieren. Halt, 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 Halt. Na ja. Einen Steck. Also zwei Stecken mit 50 Holz. Oh, nicht viel Holz ich habe. Hä? Wie hässlich bist du eigentlich? Und ich kann keine Tür platzieren. So, jetzt. Und die Doppeltür, sodass man einen größeren Ausgang hat. Ja, wenn auch so breit. Egal, wie diese Tür hat sich. Das braucht kein Mensch. Ich weiß. Hast du einen Schmerz-Ofen? Ja, stimmt. Äh. So, Zucker packe ich in die Kiste. Ja. So, als erstes ist die Tür. Brot tue ich die Hälfte rein. Kannst du atmen? Daniel? Mhm, danke. Okay, glaube ich. Ich weiß. Ich weiß. Warte, warte, ich nehm. Jetzt. Warte. Egal. So, hier. Jetzt kannst du nehmen. Okay, Schmerz-Ofen platziere schnell. Hier ist noch mal ne Kiste. Ah, hinter der Kiste sind auch mal zwei Kisten, ne? Ich habe nur 22 Brote, egal. Immerhin Brot. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Ich habe noch Karotten für dich. Okay, egal. Warte, nein. So, kannst du nehmen die 11 Karotten, die in der Kiste sind? 11? Kannst du in den Arsch stehen. Willst du nicht? Hab ich über das genommen. So, den Rest Eisen kannst du nehmen, wenn du willst. Wie viele Eisen hast du nochmal gefunden? Ah, sorry. Ich darf mir 3 Eisen nehmen? Ja. Oder willst du nicht? Doch. So, ich kann mir nicht ein bisschen Brot machen. Egal, nicht Diaschwert. Hä? Ich dachte schon. Hä? Ein bisschen Brot. Äh. Äh. Nein. Äh. Ja, ne, da liegen noch 4 Brot in der Kiste, wenn du willst. Okay. Danke. Ich weiß, es ist jetzt nicht so viel, aber schätze ich. Zucker packe ich in die Kiste. Ja? Ja. Guck mal. Ich hab das rohe Kartoffeln. Mach ich auch schnell. Brat die mal. Ja. Ich hab alles schwer und du hast nix. Rote Beete. Was kann man mit Rote Beete mit Suppe? Nix. Nur Suppe. Ja. Okay, die Rote Kartoffeln sind für mich, ja? Hast du kein Brot oder was? Ja, komm. Jetzt hat sie mal geschlafen. Oh, meinst du denn? Was? Mit Quark und so? Ja. Oh, so geil. Wir haben Erde hier, oder? Mhm. Also... Ich hol ich ja ein bisschen Erde. Hab ich gerade gesagt, ich crafte Erde? Ja. Wie könnte ich Erde craften? Kann man nicht. Ich weiß, deswegen. So. Du hast nur elf Kartoffeln. Digga, lass dir Kartoffeln drin. Ich hab nicht gekocht, halt. Ich bring die Jungen. Ich bring die Jungen. Ich will mich umbringen, dann bring ich die bei dich um. Komm, wohne der Kleine. Hier hab ich nicht gewessen bei der Keller. So. Mein Herz. ich nehme das gelbe Ich hab's ausgesehen verloren. Nee, hab's gesehen grad. Okay, die Betten platziere ich hier. Oder? Warte. Ja, mach hier. Hier, hier. Hier ist eine gute Schlaffek. Ey, mach die auseinander. Da kommst du da. Na da. Da können wir sie in die Mitte platzieren. So sieht doch gut aus. Hä? Schlafen? Schlafen. Jetzt. Schlafen. Okay. Äh, du kannst dir nicht auf Kartoffeln übrigens. Nee. Nee? Nee. Dann nehm ich den. Okay. Ander Tag sein gebrochen. So, Sandnis brauche ich nicht. Ander Tag. So, Zucker. Samen brauche ich auch nicht. Hühnchen brauche ich nicht alles. So, jetzt kann ich hier mit Fleisch noch weit tun. Ich hab übel zu essen. Ich hab übel zu essen. Ich will gerade nicht gucken. Ich hab, ich hab, ich hab sieben. Schweine. Fleisch. Ja, okay, Freunde. Ander scherbe ich auch sagen. Wir machen jetzt Schluss mit der Folge. Und bis bald. Euer Astro und Ali. Töter. Tschö. Töter. Töter.